Der türkische Staatspräsident Erdogan hat bei einer Gedenkveranstaltung zum Ersten Weltkrieg martialische Worte nach Australien und Neuseeland geschickt. Von dort waren die Truppen gekommen, die von der türkischen Marine in der Schlacht von Gallipoli besiegt worden waren. Wir sind jetzt seit tausend Jahren hier und so Allah will, werden wir bis zum Weltuntergang hier sein. Hier werdet Istanbul nicht erneut zu Konstantinopel machen. Eure Großväter kamen hierher und sahen, dass wir hier waren. Einige kehrten zu Fuß zurück und andere kehrten in Särgen zurück. Wenn ihr mit den gleichen Absichten kommt, warten wir auf euch. Habt keine Zweifel, dass wir euch zurückschicken werden wie eure Großväter. Erdogan kritisierte außerdem die heimtückische Stille westlicher Politiker und Medien nach dem Anschlag von Christchurch, bei der der mutmaßliche Täter, ein rechtsradikaler Australier, Dutzende Menschen ermordet oder verletzt hatte. Trotz breiter Kritik zeigte der türkische Staatspräsident zudem erneut Teile des Videos des Terroranschlags, um damit wachsenden Hass und Vorurteile gegen den Islam zu belegen. Der Europäischen Union warf er wörtlich vor, ein Feind des Islams zu sein. Am 31. März finden Kommunalwahlen in der Türkei statt. In Ankara und Istanbul drohen Erdogans AKP dabei Niederlagen.